Liebe Pilzfreunde, schaut mal was ich gefunden habe. Ich freue mich riesig. Das ist ein absoluter Rekordfund und der Mai ein absoluter Rekordmonat. Falsche Pfifferlinge schon im Mai? Nein, das sind keine falschen Pfifferlinge, sondern echte Pfifferlinge. Wobei, echte, echte Pfifferlinge sind es nicht. Es ist nämlich nicht der gemeine Pfifferling, der gerne auch als echter Pfifferling bezeichnet wird, sondern es ist sogar der überregional teilweise seltene, bei uns aber dann doch häufiger zu findende, samtige Pfifferling, der unter anderem eben für seine dunklen, eher orangen Farben bekannt ist. Ein absoluter Rekordfund, samtige Pfifferlinge im Mai. Wahnsinn! Wie kann man denn jetzt feststellen, dass es wirklich samtige Pfifferlinge sind, wenn man nicht so wie ich den Heimvorteil hat und nicht zufälligerweise hier extra geguckt hätte, ob denn die samtigen Pfifferlinge wirklich schon da sind. Ja, man kann natürlich erstmal prüfen, hat der Fund Leisten oder Lamellen? Das ist hier aber wirklich schwierig. Warum? Ja, vielleicht sieht es auf der Aufnahme relativ groß aus, aber das ist eine Makroaufnahme und die Fruchtkörper sind extrem klein. Ich schwenke mal rüber. Hier sehen wir nämlich einen einzigen geernteten Fruchtkörper, nicht um ihn für Speisezwecke zu sammeln, sondern weil es hier sicher um die 12, 13, 14, 15 Fruchtkörper über den Hang verteilt hat, habe ich mir erlaubt, einen rauszunehmen, um euch auch die Hutunterseite zu zeigen. Und hier sehen wir schon, es ist ganz, ganz schwierig. Man kann die Leisten vielleicht so ein bisschen erahnen, aber es ist schwierig. Was aber schließt hier zum Beispiel jetzt den falschen Pfifferling aus? Ja, schaut euch mal die Stilbasis an. Der Fund ist nämlich abgebrochen und hier sehen wir diese ganz, ganz typische Weißfleischigkeit der echten Pfifferlinge. Und dementsprechend, ja, das sind auf alle Fälle samtige Pfifferlinge, überregional selten. In der Regel, ja, eigentlich schon gute Speisepilze, aber eben überregional selten und zudem auch meist sehr klein, zierlich, dünnfleischig. Super Geschmack, ja, aber nur in Ausnahmefällen, was für den Speisepilzkorb. Und immer nur dann, wenn die ein Mega-Ja erwischt haben, in Massen auftauchen und sich unter den ganz, ganz vielen kleinen, zierlichen Fruchtkörpern vielleicht auch der ein oder andere außergewöhnlich große, stattliche Fruchtkörper befindet. Ich freue mich riesig mit einer der schönsten Funde nicht nur dieser Tour, sondern sicherlich auch des ganzen Pilzmonats. Ich will euch mit den echten Pfifferlingen überhaupt nicht langweilen, aber ich habe gerade ein ganz, 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 ganz spannendes Habitat entdeckt. Nicht unbedingt wegen diesen beiden echten Pfifferlingen, sondern wegen dem, was wirklich in unmittelbarer Nähe steht. So dicht beieinander, glaube ich, habe ich diese beiden Arten noch nie in meinem Leben wachsen sehen. Wollt ihr sehen, was ich meine? Ich denke mal schon. Anschnallen, festhalten. Hier haben wir also den echten Pfifferling und, dann wundern wir uns erstmal kurz über die orangenen Hutfarben, aber ganz, ganz schnell wird klar, hier haben wir den samtigen Pfifferling, der wirklich wenige Zentimeter vom echten Pfifferling entfernt seine Fruchtkörper gebildet hat. Ja, und damit haben wir nicht nur zahlreiche neue Habitate vom echten Pfifferling entdeckt, sondern auch wahrscheinlich ein ganz, ganz tolles Habitat vom samtigen Pfifferling. Hier sind sie nämlich am wachsen und da vorne sehe ich es auch schon wieder ganz, ganz verdächtig orange leuchten. Und nur ein paar Meter weiter, dasselbe Spiel, aber umgekehrt. Hier oben zwei samtige Pfifferlinge, unswer zu erkennen, wieder an den orangen Farben. Und hier unten tatsächlich ein paar Zentimeter weiter entfernen als an einer anderen Stelle. Ein richtig schöner, eidottergelblich gefärbter, echter Pfifferling. Und hier jetzt in der Sonne mal ein krasser Farbvergleich. Und das Lustige an der Geschichte ist, normal sind es ja immer die samtigen Pfifferlinge, die klein und zierlich sind. Aber natürlich gibt es da auch Funde, die aus der Reihe tanzen. Zum Beispiel mal sehr, sehr kleine, zierliche, echte Pfifferlinge und mal sehr, sehr große, ausgewachsene, samtige Pfifferlinge. Und so ist es hier eben, der samtige Pfifferling mit dem viel, viel größeren Hutdurchmesser, aber dafür mit den ganz, ganz typischen orangen Farben. Und für den Vergleich der Hutunterseite habe ich mir jetzt ein relativ gleich großes Exemplar vom samtigen Pfifferling rechts geschnappt. Ja, und da muss man sagen, fällt der Unterschied dann gar nicht mehr so krass auf. Ja, es ist mehr orange als gelb, aber ansonsten gleiche Größe, ungefähr gleiche Hutform, ungefähr gleiche Struktur bei den Leisten. Eine in Richtung der Basis, weiß werdender Stiel. Also da kann man schon von wirklich vielen, vielen Gemeinsamkeiten sprechen. Ja, und wenn jetzt vielleicht jemand erst beginnt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wenn man so ein paar von den echten Pfifferlingen wie links im Körbchen hat und man trifft dann auf ein bisschen, in Anführungszeichen, bloß ein bisschen dunkler gefärbten echten Pfifferling, der dann natürlich der eher samtige Pfifferling ist, dass dann so ein Unterschied vielleicht gar nicht mal so stark auffällt. Mich würde jetzt interessieren, habt ihr die beiden Arten vielleicht schon mal gleichzeitig gefunden und vielleicht sogar erst mal verwechselt? Würde mich brennend interessieren, ob es da vielleicht schon jemanden getroffen hat, wenngleich natürlich da eine Verwechslung rein im Bezug auf den Speisewert natürlich völlig unkritisch wäre. Eine Fangfrage an die Pilzexperten unter unseren Abonnenten. Wie viele samtige Pfifferlinge seht ihr auf diesem Bild? Soll ich es euch verraten? Die Anzahl wird viel kleiner ausfallen, als es die meisten wahrscheinlich vermuten. Luftlinie 2 Meter vom letzten Spot mit den ganz, ganz jungen, samtigen Pfifferlingen haben wir hier einen Spot mit nicht samtigen Pfifferlingen, sondern mit einem Erstfund, zu dem ich jetzt aber zum Vergleich einen einzigen samtigen Pfifferling, nämlich den einen, den wir vorher geerntet hatten, dazugestellt habe. Warum? Aus der Entfernung habe ich mir echt gedacht, hey, es sind schon wieder samtige Pfifferlinge und dieses Mal auch größer. Aber spätestens als ich hier näher dran gekommen bin, ist es mir sofort aufgefallen, Fruchtkörper viel zu dünnfleischig. Das muss was anderes sein und es sollte der orange-rote Heftelnabelling sein. Für mich ein Erstfund, eigentlich überhaupt nicht selten, aber hat sich mir bisher einfach noch nicht gezeigt. Und da sehen wir schon, ja, ab und zu sind Arten miteinander zu verwechseln, zumindest aus einiger Entfernung, die man so eigentlich als Verwechslungspartner nicht wirklich auf dem Schirm hat. Das gibt uns jetzt aber die Gelegenheit, gleich mal das Pilzporträt dieser Art zu drehen, ein paar schöne Fotos zu machen und dann natürlich, weil wir eh denn einen samtigen Babypifferling schon geerntet haben, dann auch einen direkten Vergleich zu drehen. Was für eine wunderschöne Waldrunde heute. Und schon wieder ein Pfifferling. Also an der Artenvielfalt bei den Pfifferlingen mangelt es überhaupt nicht. Dritter Pfifferlingsfund, dritte Art aus der Gattung der Leistlinge bzw. Pfifferlinge. Dieses Mal unschwer zu erkennen an der samtig-rauen Hutoberseite und natürlich auch den dunklen orangen Farben der samtige Pfifferling. Und wie beim blassen Pfifferling müssen wir auch beim samtigen Pfifferling die Hutunterseite zeigen. Wir kommen sogar noch an dem Eck vorbei, wo es ab und zu den violettschuppigen Pfifferling zu finden gibt. Vielleicht gelingt uns auch dieses Jahr das Kunststück, die vier häufigsten Pfifferlingsarten bei uns in der Region, also den echten, den blassen, den samtigen und den violettschuppigen Pfifferling, auf einer Waldrunde zu finden. Dann können wir sie auch nochmal nebeneinander legen. Schauen wir mal, ob das heute noch klappt. Das wäre natürlich zum Start in den August schon so ein kleines Pilzwunder. Schaut mal, hier am Wegesrand schon wieder Pfifferlinge, aber es ist tatsächlich nicht der echte Pfifferling. Könnt ihr die typischen dünnfleischigen und dunkel-orange gefärbten Fruchtkörper kennen? Ja, es ist zwar ein Pfifferling, aber der samtige Pfifferling schon wieder. Da haben wir ja am letzten Wochenende an anderer Stelle festgestellt, dass die immer und immer und immer wieder neue Fruchtkörper hervorbringen. Gut, das können wir über einen echten Pfifferling auch sagen, aber der samtige Pfifferling fällt dieses Jahr, gerade im Vergleich zum letzten Jahr, besonders häufig mit ergiebigem Wachstum auf. Und das Tolle an der Geschichte ist, Wir haben ja am letzten Wochenende den Erstfund vom gelb-violetten Pfifferling verbuchen können. Und gerade wenn die Fruchtkörper mittelalt sind, schauen die dem samtigen Pfifferling schon sehr ähnlich. Das heißt, wir sollten da unbedingt auch das Pilzporträt vom samtigen Pfifferling aktualisieren. Da habe ich am letzten Sonntag, glaube ich, schon ganz, ganz viele Aufnahmen vom samtigen Pfifferling gemacht. Heute kann ich noch ein paar ergänzen. Und weil wir gerade eben auch schon den echten Pfifferling gefunden haben, auch den direkten Vergleich der beiden Arten noch einmal detailliert ablichten. Ja, so hätte ich mir das für heute gewünscht. Hätte aber nicht gedacht, dass es gleich auf den ersten Metern mit so schönen Funden klappt. Unverhofft kommt oft. An welcher Art kommt man im Kalkbuchenwald in Oberbayern im Pilzjahr 2024 auf keinen Fall vorbei? Genau am samtigen Pfifferling. Hier wieder ein Spot mit zahlreichen Fruchtkörpern. Den größten habe ich rausgenommen, um noch mal ein paar schöne Aufnahmen von diesen wunderschönen Leisten zu machen. Viel mehr will ich dazu gar nicht sagen, denn wir haben vor ein paar Tagen erst das Pilzporträt zur Art aktualisiert. Wenn euch das samtige Pfifferling noch nicht geläufig ist, dann könnt ihr da gerne reinschauen. Das Pilzporträt ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und wie so oft ist natürlich die Hutunterseite noch mal eine Spur interessanter, schöner und spektakulärer als die Hutoberseite. Das hier ist eine Makroaufnahme von drei ganz, ganz kleinen, zierlichen, samtigen Pfifferlingen. Und wenn man die jetzt wirklich braten und verzehren wollen würde, würde ich sagen, da bleibt leider fast nichts mehr übrig. Und dementsprechend, wie schon ein paar Mal betont, bringt es eigentlich oft fast nichts, diese samtigen Pfifferlinge in größerem Umfang zu sammeln. Klar, mal ein, zwei, drei Fruchtkörper rauszunehmen, gerade bei so einem Massenvorkommen für ein paar schöne Detailaufnahmen. Ja, das muss eigentlich fast schon sein, aber, ja, dass man die dann wirklich, weiß ich nicht, 30, 40 Fruchtkörper erntet, um die dann irgendwo im Speisepilzkorb zu packen, lohnt sich nicht. Und dafür ist die Art überregional auch eben zu selten. Ich freue mich aber trotzdem riesig über den Fund, ja, weil es ganz, ganz oft so ist, wenn so eine Art wirklich ein schlechtes Jahr erwischt hat, so wie letztes Jahr, dann wird sich das irgendwann durch ein ganz, ganz tolles Jahr für die Art ausgleichen. Und so scheint es 2024 tatsächlich zu sein. Ich habe sogar noch ein schöneres, größeres Exemplar vom violettschubbigen Pfifferling entdeckt. Und jetzt können wir uns zum Abschluss dieser wunderschönen Waldrunde die vier verschiedenen Pfifferlingsarten nochmal im Detail anschauen. Links haben wir den violettschubbigen Pfifferling mit dezenten, violetten Schuppen. Hier in der Mitte den nicht mehr ganz so blassen Pfifferling. Warum? Ja, immer wenn die dann so ein bisschen nachtrocknen, der war jetzt doch so ein, zwei, drei Stündchen im Korb, dann wird diese blasse Hutfarbe so ein bisschen dunkler, ein bisschen gelber und ein paar Druckstellen hat er sicherlich auch. Daneben liegt der jetzt relativ vertrocknete, echte Pfifferling. Warum? Ja, der liegt jetzt mittlerweile schon vier, viereinhalb Stunden. Und dann eben der ganz, ganz orange gefärbte, samtige Pfifferling. Drehen wir die Geschichte mal um. Und so schauen die drei Arten von der Hutunterseite aus. Wie gehabt, links der violettschubbige Pfifferling, rechts daneben der blasse Pfifferling, rechts daneben der echte Pfifferling und ganz, ganz rechts der samtige Pfifferling, der kleinste und zierlichste Vertreter von dieser Pfifferlingsgruppe. Freut mich riesig, dass es mit den vier Arten geklappt hat, aber auch ansonsten wahnsinnig schöne Tour. Sehr, sehr lang, sehr, sehr viele Kilometer gemacht, aber jeder Schritt hat sich heute gelohnt. Es ist tatsächlich erstaunlich wenig los, zumindest weniger als am letzten Donnerstag. Da haben wir ja gleich in den ersten Minuten, bevor es zu regnen begonnen hat, richtig schöne, viele Funde gehabt. Ein richtig toller Spot mit älteren Sommersteinpilzen, Frauentäublinge waren zu sehen. Ja, und dann kam der große Regen, der uns dann aus dem Wald vertrieben hat. Heute 20 Minuten ohne jeglichen Fund, obwohl ich auch schon ein paar interessante Ecken vom Sommersteinpilz kontrolliert hätte. Also entweder sie sind nicht mehr da oder nur an den Stellen gekommen, da wo wir am letzten Donnerstag geschaut haben. Hier haben wir jetzt wenigstens den ersten Fund. Man kann schon wieder die typische orange Farbe erkennen. Ja, und hier haben wir einen ganz, ganz tollen Spot vom samtigen Pfifferling. Schon wieder selten ein Jahr erlebt, wo man so viele samtige Pfifferlinge in den ersten paar Monaten der Hauptsaison hat finden können, wie dieses Jahr. Die haben im Mai schon losgelegt, wie die Feuerwehr, einen ordentlichen Frühstart hingelegt. Ja, man hatte den Eindruck, die hauen jetzt alles raus, die verschießen ihr komplettes Pulver. Aber denkst du, die kommen immer und immer und immer wieder nach. Und wie immer bei den Pfifferlingen ist die Hutoberseite zwar toll, die Hutunterseite aber nochmal viel schöner. Schaut mal, hier wieder die typischen Leisten vom samtigen Pfifferling zu sehen. Schauen wir mal, ob der samtige Pfifferling heute die einzige Pfifferlingsart auf der Fundliste bleibt. Die echten und blassen Pfifferlinge, die sich hier auch sehr wohl fühlen, scheinen eher in einer Pause zu sein. Wobei ich beim blassen Pfifferling schon fast die Befürchtung habe, dass wir das Schönste bei denen schon hinter uns haben. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass wir da in Richtung Augustfinale oder vielleicht auch noch Anfang September nochmal mit einem Wachstumsschub rechnen können. Die blassen Pfifferlinge sind für mich eigentlich typische Sommerpilze, die man vor allem im Juni, Juli und August finden kann. Ja und ab September dann maximal nur noch vereinzelt. Schauen wir mal, ob sich das dieses Jahr wieder bestätigt oder ob es ein Ausnahmejahr ist und bleibt. Wahnsinn! Ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier bei den samtigen Pfifferlingen los ist. Hier drunter haben wir schon mal eine Dreiergruppe. Da oben haben wir eine Vierergruppe. Die da oben habe ich ja komplett übersehen, die habe ich von oben eben nicht gesehen. Jeder orange Punkt ein Fruchtkörper. Da oben, wo der Korb steht, ist sogar nochmal was. Da drin sehe ich weitere Fruchtkörper vom samtigen Pfifferling. Hier drunter jeder orange Punkt ein weiterer Fruchtkörper. Da gibt es neues Wachstum. Und da vorne die Fruchtkörper, die wir am letzten Donnerstag entdeckt haben und das erste Mal in diesem Jahr gefunden hatten. Die sind sogar ein bisschen gewachsen. Schauen wir vielleicht da mal ein bisschen näher hin. Ich versuche hier mal nicht auszurutschen. Es ist nämlich hier wirklich extrem steil und glatt durch den vielen Regen, die wir hatten. Ja und da sehen wir schon, wirklich viel gewachsen sind sie dann auch ehrlich gesagt nicht. Dafür sehe ich gerade hier drüben weitere Funde bei den samtigen Pfifferlingen. Das müssen hier am Hang mindestens, da oben schon der nächste, schaut mal. Das müssen hier am Hang mindestens, ja was werden es sein, 40, 50, 60, 70 Fruchtkörper sein. Und letztes Jahr gab es hier nur ganz, ganz wenige Einzelfunde. Die haben also, schaut mal da, auf alle Fälle was nachzuholen. Auch da noch ein weiterer Fruchtkörper. Und im Vergleich zum Finger habt ihr jetzt mal gesehen, wie klein und zierlich die ausfallen. Und ich würde sagen, bei 70 Fruchtkörpern kann man auch bei der seltenen Art, letztendlich die der samtige Pfifferling überregional ist, doch nochmal ein, zwei Stück für die Teilaufnahme rausnehmen. Schaut mal, was hier am Hang die samtigen Pfifferlinge gemacht haben. Ja, so groß finde ich die tatsächlich gar nicht mal so oft. Wahnsinn, was für ein schönes, großes, aber dennoch dünnfleischig filigranes Exemplar. Daneben noch junges Wachstum und hier drüben ein fast noch größeres Exemplar. Ja, schaut mal, jetzt werden sogar die samtigen Pfifferlinge groß. Ich bin an dem Hang, wo wir dieses Jahr ganz, ganz früh, Ende Mai, die samtigen Pfifferlinge zuerst entdeckt haben. Und da wollte ich jetzt natürlich nachschauen, ist da was nachgewachsen, sind die überhaupt noch da? Hat sie sich vielleicht doch irgendjemand geschnappt? Waren die Schnecken schneller? Kann ja alles möglich sein. Aber sie sind nicht nur da, sie sind, also das ist ein Wachstumsdurchbruch, den kann man gar nicht wirklich beschreiben. Das müsst ihr euch anschauen. Schaut mal, hier oben ganz harmlos, überall samtige Pfifferlinge, erst mal im Doppelpack. Da nochmal so ein Doppelpack, man sieht es gar nicht so richtig, weil das Moos drüber wächst. Da vorne steht ein relativ schönes, großes Exemplar. Da haben wir wieder welche. Da drunter versteckt sich einer und jetzt anschnallen und festhalten. Schaut mal, was die hier am Hang machen. Dass die mal in größeren Gruppen vorkommen, ist schon klar. Ja, aber so wie hier ist es wirklich in den seltensten Jahren. Also da muss man schon wirklich ein ganz, ganz tolles Jahr erwischt haben, dass die so viele Fruchtkörper nur an diesem einen Standort bilden. Ja, das sind natürlich nicht die einzigen, wenn man da schaut, da sehe ich ein paar orange Punkte. Da ist alles voll mit denen. Da vorne leuchtet es orange. Und da unten geht es genau so weiter, ist ein ganz, ganz steiler Hang. Überall orange Punkte über den ganzen Hang verteilt. Das werden sicher, ja ich will nicht übertreiben, 50, 60 Stück sicher sein. Wenn man ganz genau schaut und den ganzen Hang abgeht, vielleicht wird es sogar dreistellig. Und das ist für den samtigen Pfifferling nur an diesem einen Standort. Ich betone es nochmal, wirklich dann doch ein außergewöhnlich schöner und spektakulärer Fund. Ja, liebe Pilzfreunde, jetzt ist es passiert. Ich habe einen Fund gemacht. Ich glaube, ich brauche eine Halskrause, weil ich einen Schleudertrauma vom Kopfschütteln habe. Kein Erstfund, aber ein Fund, wo ich gesagt hätte, hätte mir vor der Waldrunde jemand gesagt, schau mal in das Eck, da könnte die Art XY da sein. Ich hätte gesagt, um diese Jahreszeit in dem Habitat ausgeschlossen. Um wen geht es denn eigentlich? Schaut mal, was ich hier am Wegesrand entdeckt habe. Kiefern, sandiger, saurer Boden. Und dann steht hier eine große Gruppe vom samtigen Pfifferling Mitte November. Für mich ein typischer Sommerpilz, den ich maximal, glaube ich, spätestens mal irgendwann im September oder so gefunden habe. Und jetzt habe ich hier in einem eher untypischen oder eigentlich sogar sehr untypischen Habitat Mitte November einen mega Rekordfund vom samtigen Pfifferling. Ist es wirklich der samtige Pfifferling oder nicht doch vielleicht der falsche Pfifferling? Ja, ich war so euphorisiert, als ich die Fruchtkörper stehen gesehen habe, dass ich die Kamera gar nicht angeschmissen habe und gleich mal einen Fruchtkörper rausgenommen habe. Ja, ein typischer könnten Leisten auf der Hutunterseite doch wirklich nicht ausgeprägt sein. Es ist tatsächlich der samtige Pfifferling und das um diese Jahreszeit. Wer hätte es gedacht, dass die hier nochmal auch zu ganz frischem Wachstum ansetzen. Die können hier nicht super lange stehen, gerade diese ganz jungen kleinen Fruchtkörper hier. Die wachsen sicherlich erst seit ein paar Tagen, vielleicht maximal ein, zwei Wochen. Was für ein Hammerfund für diese Jahreszeit. Ja, Überschrift ist damit klar, sofern wir die Froschschnecklinge nicht finden. Pfifferlings Rekordfund. Unglaublich, was diese Art in diesem Jahr für ein tolles Jahr erwischt hat. Wir hatten die Art jetzt in dem Jahr so früh wie noch nie und mit Abstand so spät wie noch nie. Und auch noch nie in solchen Mengen wie 2024. Würde mich interessieren, ob das bei euch in der Region vielleicht auch ein ganz besonderes Jahr vom samtigen Pfifferling war.